Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Wir müssen hier mal schauen, und der hat uns, ja, ein paar 60 Spieler so gebracht, ne. Geht der noch? Aus der spanischen Liga. Äh, mal schauen, wie die so rumhängen. Zu beobachten auf den Wunschungsdaten. Nee, nee. Nee, äh, der war noch gut, aber egal. Ah, die Werte sehen überall so richtig krass geil aus. Aber ich sehe hier nichts in... Oh. Oh, das ist 29, den kann man eh nicht mehr gebrauchen. Ja, eher dezente Werte hier. Ja, nee, also... Ah, hier, nee, 33. Okay, also richtig viel... Kann ich den nicht irgendwie... Scout-Managementen... Scout-Zurückrufen... Scout-Zurückrufen... Scout-Zurück... Ja, okay. Ähm, nein, danke. Weil, sonst bekomme ich da immer irgendwelche Leute und ich gar keinen Bock auf die. Wir können eigentlich nicht zwischen... Ich will dir eine größere Rolle im Verein spielen. Okay. Das können wir dir sicherlich anbieten. Dann wirst du aber kommen, mein Freund. Weil ich habe nicht mehr Geld. Okay. Äh, Anthony Martial, 4,5 Millionen. Das wird wohl eher... Ja, nicht gehen. Äh, Victor Maia, den haben wir auf die Transferliste gestellt zur Verleihung. Der geht zu irgendwo ein englischer Legist oder so. Keine Ahnung. Mal schauen, wie der wieder zurückkommt. Das erste Testspiel steht an gegen Villarreal. Und das werden wir jetzt einfach mal eiskalt simulieren. Äh, 1 zu 1. Vieto, der war in den gegenwischen Team hoffentlich. Wieso sehe ich den nicht? Ja, haben Penalty verschossen. Okay. Äh, Kutschke hat das Tor in der 68. Minute gemacht. Und Ucce hat in der 29. Minute vorgelegt. Aber 1 zu 1 ist gut. Und jetzt gegen Inter. Oh, shit. Mir gefällt es hier. Oh, Gott. Das muss ich da so machen. Warte mal. Da können wir doch hier nochmal... Ne. Nein, das mache ich später. Budget erhöhen. Mittelwertplatz und Viertelfinale. Ich würde sagen... Ne, eine Million ist zu viel. 500.000 müssen wir uns aber schon... Müssen die uns schon geben können, wenn sie so lieb sind. Und jetzt müssen wir hier noch... Wo kann man das denn jetzt? Äh, ah. So, dann müssen wir jetzt hier wieder aufs Büro gehen. Äh, 4, 9, 10, 4... Äh, ich habe nicht mehr Geld, Niang. Bitte. Was ist mit unserem Großtransfer? Hä. So, ähm... Jetzt machen wir mal hier weiter. Transfer. Bitte kommen Sie nicht mehr spät. Das ist ja noch... Ach, Gott. Was sind das Arschlöcher? Kann ich sehr was sagen. Nübel. Wo ist der? Hier. Sie rotieren. Ja, der Nübel ist 17 Jahre. Der darf jetzt einfach mal spielen. Weil er... Weil er jetzt einfach kann. So. Ja, speichern natürlich. Und simulieren gegen... Äh, Inter Mailand. Hoffentlich kommt das gut. Ah, wir verlieren 2 zu 0. Osvaldo in der 22. Minute mit dem Penalty. Und Nagatomo in der 76. Äh, 2 zu 0 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das geht in Ordnung. Abgelehnt. Fuck. Danke für die Chance. Ja, gut. Ha, mit Niang wird wohl ein bisschen schwerer. Und, ähm... Ja. Das Spiel gegen Rom werden wir spielen. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen jetzt hier nochmal. Oskar hat zu Manchester City gewechselt für 24,5 Millionen. Kedira 19 Millionen zu Liverpool. 18,5. Dombia zu Borussia Dortmund. Das sind die Top 3 Transfers. Und die neuesten sind hier. Cesena hat 1,4 Millionen für Deloive. Ja, habe ich ausgegeben. Ja, also, ähm... Vielen Dank fürs Einschalten. War jetzt heute, glaube ich, eher eine kurze Folge. Aber ich hoffe, Sie gefällt euch dennoch. Abonnieren. Äh, nicht vergessen. Und auch die Sachen, die unten in der Videobeschreibung stehen, könnt ihr ja machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heisst. Paderborn spielt gegen den AS Rom. Auf Wiedersehen.